So, wir sind jetzt im Bad. Ich muss den Spiegel nochmal zur Seite machen, weil ich hier extreme Spiegelungsgefahr sind und wir uns dann sonst hier selber sehen. So, jetzt ist schon eine kaputt. Nehme ich die linke, kann man mal kurz ranzoomen, keine Ahnung was das ist. Aber es ist eine kleine Glühbirne, wahrscheinlich auch wieder umgegangen und da haben wir eine funktionierende, die leuchtet noch. Ja, eine kleine Glühbirne, ein kleiner Draht, wahrscheinlich nicht viel. Gar nicht mehr so schlecht, ne. Wir haben aber noch eine, wir haben aber noch eine Lampe hier im Bad. Und zwar nämlich die hier. Müssen wir erst mal kurz hoch. Nicht gerade hier ungefähr. Die ist ja neu angebracht worden, die war noch nicht hier damals. Aber ist ja mit Kabel verlegt worden. Geht von der anderen Lampe, von der einen Lampe zur anderen, aber ich vermute mal, das ist LED voll hell. Bäh, du wärst ja blind. Na, ich finde zwar schade, aber müssen die Leute wissen, ich rede denen da nicht, nein. Achtung, jetzt muss man ja runter. Für das ist jacauert. So.